Wer von euch ist nach einem Krach schneller zur Versöhnung bereit? Leider bietet keinen Punkt. Wer von euch verbringt mehr Zeit vor dem Spiegel? Okay. Ehrlich gesagt, du weißt es nicht, der hat einen heimlichen Spiegel. Er geht da hin und steht. Okay, das kommt ja noch. Wer von euch braucht mehr Streicheleinheiten? Also, lieber Paul, deine Frau braucht mehr Streicheleinheiten, als du ihr vorher gegeben hast. Merkt ihr das? Sie braucht es. Wer von euch braucht länger im Bad? Wer von euch singt häufiger unter der Dusche? Keiner. Wer von euch schnarcht beim Schlafen? Ich! Dankeschön. Wer? Applaus, einen Punkt. Ja, weiter. Sehr schön. Wer von euch wird in den nächsten fünf Jahren mehr an Gewicht zunehmen? Nehmen. Wer? Ja. Herzgezäckert. Dankeschön. Haben Sie noch einen Punkt? Wer will mehr Kinder von euch beiden? Natascha, wieviel? Fünf natürlich. Fünf. Hallihallo. Wer hat solche Menschen bei euch? Zwei. Paul sagt zwei. Sie sagt fünf. Sie sagt fünf. Daraboy Paul. Smatry. Sassiert nicht remlet. Und zum Abschluss. Wer von euch beide gibt uns jetzt eine runde Sekt, Wodka oder Wein oder Bier aus? Wer? Beide! Meine Damen und Herren, liebe Hochzeitsgäste. Rundgast! 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 Vielen Dank.